Gottes Licht scheint durch verschiedene Farben in dieser Welt. Welche Farbe kennst du? Vielleicht ärgerst du dich grün und blau und denkst, dass dir das alles nichts angeht. Du siehst rot. Vielleicht siehst du aber auch ein bisschen schwarz und denkst, du bist noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, um damit etwas anzufangen. Vielleicht sagst du, es geht gar keine Zeit, ich will jetzt einfach mal ein bisschen blau machen. Ja, dann hat er einen Vorschlag, zuerst blau machen, dann schlau machen. Ja, ich kann dir nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber du kannst dein blaue Wunder erleben. Vielleicht sagst du auch, die ganze Sache mit Gott ist schon im grünen Bereich, aber irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig. Es ist wie eine Skala vom Ei, das ist ein bisschen schwarz und weiss. Ja, vielleicht wird es dir zu bunt. Vielleicht hast du auch mal etwas für Gott gewoggt und bist nur mit einem blauen Augen davon gekommen. So eine Art Blechschaden. Vielleicht sagst du auch, ich gebe dir der ganze Sache mit Gott mal grünes Licht. Ich sehe schon so ein bisschen den roten Faden. So eine Art Blechschaden. So eine Art Blechschaden. So eine Art Blechschaden. Das ist klar, das sind die Besten. So eine Art Blechschaden. Aktion! Yeah! Yo, aujourd'hui c'est toi! Vielleicht wird's dir zu putz. Vielleicht! Hast aber auch eine teufel Freude dir, weil du durch Jesus Christus eine weisse Beste hast. Weil er für dich das Schwarze schon geworden ist und du durch seine Vergebung noch das Beste vom Beste hast. Hey, dann bist du hier genau am richtigen Ort. Weil die Reformation ist die Entdeckung von fünf Worten. Sola Scriptura. Biblia. Gottes heils Wort als im Glaubenssinn Geburtsort. Solus Christus. Jesus. Gottes Machtwort mit dem Kreuz als Tatort. Sola Grazia. Gnade. Gottes Liebeswort als Zufluchtsort. Solafide. Glauben ist unsere Antwort auf die Reise zum wahren Heimatort. Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört dir. Und was macht das mit dir? Wir alle sind Botschafter von der Versöhnung in einer Welt voll Streit. Unsere veränderten Herzen sind es die Lampen, die Gottes Licht in die Welt scheint. Hashtag ReformAction Jackson. Air generale Quick팬. ikkaverte. hesitation. Brandner . Regerte Reception. Regerte Reception. Regerte Reception Ainsi. Regerte 60. Maestra Consortium 17. Regerte 20. Regerte 500. Regerte 20. Ca. Bis zum nächsten Mal.